Hallo und herzlich Willkommen zum Input Video Tabellenkalkulationsprogramm Einführung der Kompetenz Zinsen E8. Heute lernst du, wie man einfache Rechnungen und Tabellenkalkulationen mit dem Programm Numbers erstellen kann. Hierfür habe ich schon eine Tabelle erstellt und eine Überschrift hinzugefügt. Unsere Aufgabe. Bauer Ernst möchte seine Äpfel verkaufen. Hierfür möchte er eine Tabelle erstellen, die angibt, wie viel man für eine bestimmte Anzahl von Äpfel bezahlen muss. Ein Apfel kostet 30 Cent. Nun kannst du die Anzahl der Äpfel in die linke Spalte und den Preis in die rechte Spalte schreiben. In die linke Spalte gebe ich zum Beispiel die Werte 3, 5, 9, 13 und 21 ein. Jetzt kannst du in der rechten Spalte die Formel eingeben. Um eine Formel in eine Zelle zu schreiben, musst du auf den Kreis, bei dem in der Mitte ein Istgleichzeichen abgebildet ist, klicken. Um den Preis von 3 Äpfeln zu berechnen, musst du den Preis von einem Apfel, also 30 Cent, mal die Anzahl der Äpfel, in diesem Beispiel 3, berechnen. Das wäre in diesem Fall E3 mal D5. Damit dann aber auch die Ergebnisse in den unteren Zeilen stimmen, musst du auf Zelle E5, in der Formel auf E3 und dann bei Start und Ende auf Zeile beibehalten klicken. Nun kannst du diese Zelle kopieren und fügst sie in die unteren Zeilen der Spalte ein. Falls sich der Preis von einem Apfel auf 35 Cent erhöhen würde, kannst du das ganz einfach in Zelle E3 eingeben. Die Ergebnisse verändern sich dann von selbst. Das war's mit dem Input-Video. Viel Spaß beim Lernen!